Ich mag dein Pickel im Auge. Das ist kein Pickel, Alter. Ich hatte hier so ein Gerstenkorn. Das ist ein Pickel. Quetsch ihn mir aus vor Kamera jetzt. Und in der Nase hast du auch so voll Fettpickel. Das ist ein Pickel, aber das ist so ein Sandkorn. Den muss man aufschneiden und rausholen. Sieht so aus, als ob sich so ein... Seid das Augepickert? Hier, wie heißt das Ding? So eine Zecke in dein Auge vergraben hat. Ja, man, vielleicht brühtet die. Und der die ganze Zeit saugt. Vielleicht brühtet die. Deswegen fühle ich mich auch immer so schwummerig. Und jetzt fängt es an zu regnen. Das ist voll scheiße. Und wir haben kein Dach oder so. Das ist richtig beschissen. Das ist richtig widerlich, dass es jetzt regnet. Und genau hier schützen wir uns unsere Sachen. Also Schlafsäcke und sowas. Ja gut, Mike liegt in seinem Zelt. Und der Regen muss weg. So, weil jetzt so ein paar Tropfen kommen. Von da oben. Machen wir hier Müllsäcke drauf. Über den Schlafsäcken. Ja gut. Bis zum nächsten Mal.